Und weiter geht's. Einfach mal auf die Windows-Taste gekommen. Kann man auch mal machen. So, jetzt sind wir wieder an meinen Lieblingsscharfschützen gewesen. 130 Meter. Seitdem muss der wieder Chance kämpfen. Oh, oh, kann ich hier nicht ne... Ich brauche mal ein wenig mehr Munition, würde ich mal behaupten. Es sind aber viele. Es sind aber verflucht viele, was soll das? Wir brauchen dann Munition, definitiv. Oh Gott, Alter, jetzt fliehen wir vollkommen durch. Oh Gott, oh Gott. Ich hab mich hier so durchgeschlängelt und dann lösen sie einfach ein Alarm aus. Das war das, Dicke. Die Raketen mit der Feuerwehr, was? Wollt ihr mich verarschen? Von wo? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, meine Raketen, das ist doch so. Oh Gott! Oh Gott! Diese Aruge reden wir auf Normalsysteme rein... Die Aruge vom Orangen akhir Ordnung? Die Aruge9 normal... aj... Okay, jetzt kommen wir dann weiter in sponsern. Mal jetzt, mal jetzt, mamy jetzt. Die haben also das Gewörelsa εκchossen, indem ich hier rumholke. Holy Star! Ist hier keine Treppe mehr nach oben? Hier war wohl mal einer, aber... Oh, Messer! Eine Pau! Herzhaft jetzt! Oh nein, Messer! Kann ich mich auch nicht drin verstecken? Hier auch nicht? Oh mein! Ja! Okay, ich schleich weiter an außen rum, weil... Wo geht's? Und... Das geht so nicht hin. Was denn? Oh! Saboteiser! Ah! Ah! Weltschart! So, die Jungs, das geht denn hier nicht auf den Sack? Was soll denn das? Oh nein! Nein! Ich bin so... Bröder! Was ist das hier? Das sind ja... Das sind ja Funzeln gewesen, ne? Na ja, süß! Nice, nice! Was? 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 Wo? Kein gesehen! Oh, noch! Wie? Wie? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht... Wie? Das ist doch nicht... Das war doch mal... Da war doch einer... Arschenhörbe! ... ... ... ... ... Geh ich eigentlich lang? Muss ich hier überhaupt hin? Ich denke nicht! Ok! Ja! Egal! Egal! Baby! So, wir verletzen! Dann werde ich mir auch mal einen Überblick verschaffen! Ey, Scheiße. Danke, Scheiße. So, wie sieht's aus? Öffne diese Kiste und gib mir ein wunderschönes neues Scharfschützenbeeren nicht. Okay, dann nehm ich sie trotzdem mit, ist egal. So, und jetzt muss ich irgendwie nach da unten, ich bin nämlich glaube ich ein bisschen verkehrt gelaufen. Oh nein, ich bin auf 27 Energie. Das sind aber ärgerliche. Moment, was? Wo? Was ist das? Kann ich's aufmachen? Ich kann's nicht aufmachen. Das ist ne Taschenlampe. So. Was hab ich denn jetzt rausgeholt? Nein, ich kann nicht meine Skier raus, sondern... ...Mittenheld. Ah. Das war ja auch egal. Ich muss es mitnehmen. Oh ja. Oh ja. Ich hab mich verliebt. Nein, quasi sicher. Ich hab da rausgeholt. Oh geil, ich kann durch die Tür glitschen. Ist ja auch nice. Hallo? Ohhhh. Ohhhh. Ich brauch auch ne Strahlen. Das war ein bisschen... Ne Waffe, aber die brauch ich nicht. Ich hab ne Basuka. Lass mich warten, hier kann ich nicht... Oh, hier kann ich sogar reingehen. Oh. Oh ja. Oh ja. Das ist ein Gemütliches zu machen. Das Problem ist, ich bin ja noch nicht richtig. Woher muss ich hin? Ich muss irgendwo da drüben wollen. Was ist denn hier schönes? Ohhhh. MG 34. Oh ja. Hier gibt's nichts. Ich will hier reinigen. Oh, ich hasse es. Oh ja. Hier bin ich richtig eindeutig. Ich bin in der falschen Etage. Ja, ich mach's. Oh Gott. Oh Gott. Na. Na. Was ist das? Muss ich das mal nachladen? Das sind wahrscheinlich 10 Minuten dauern. Oh. Das geht ja schneller. Okay. Warte geht's. Bäm. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Hallo. Einfach nur. Der Wegfall ist ja easy. Oh ja. Muss ich bauen rein? Was war denn das hier? Na ja. Was sind wir auch nicht? Muss ich da hoch? Ich weiß es doch nicht. 들어�, oh nein. Ich weiß es doch nichtрос bless sie. Ich weiß es. An abonnieren. Es geht nicht wavelet da hoch. Oh ja. Oh ja. Ich habe gar nichts zu machen. geht es ja Ross. Solveig. Mama. Was machst du hier? Ich bin der dich. Ich versuche dich zu retten. Es gibt wichtige Dinge. Das glaube ich. Bleib mit. Solveig. Du kannst nicht gehen. Du kannst nicht gehen. Du kannst nicht gehen. Du kannst nicht gehen. Okay, lass mich vor. Ich habe die dicke Wumme. Was machst du denn da? Ja, ich folge dir. Geh weg. Ich habe die dicke Wumme. Ich habe die dicke Wumme. Geh weg. Ich kann hier noch nicht mal laufen. Das ist ja jene. Hallo, lass mich doch ans Fenster gehen. Wir müssen ihn ausleuten. Wir müssen ihn ausleuten. Wo gehen wir? Finde es schnell. Ich will hier raus. Bitte. Und ich möchte gerne noch mal meine Besucher benutzen. Mach es. Ja, Baby. Ich habe die Töne mal. Oh, da habe ich so was. Oh, da sind sie. Es kommt noch mehr. Wir müssen raus. Nein, wir müssen herausfinden. Nein, wir müssen herausfinden. Oh, da sind sie. Scheiße. Was ist denn los da? Soll es gehen? Bitte. Immer noch nicht. Ja. Jetzt können wir mal gehen. Oder? Ja. Und da. Verteidige dich. So. Okay, jetzt habe ich noch einen Tisch positioniert. Das ist ja... Ich habe es nicht verstanden. Was sagst du? Ich habe es nicht verstanden. Verdammt. Ich habe es nicht gelesen. Wie ich so konzentriert war. Das MG ist ja nice. Aber ich nehme dieses Ding hier mit. Darf ich die Dinger zerstellen? Bitte. Bitte. Verteidig das. Bitte, dann mache ich es doch. Oh, Mann. Was sagst du denn? Zerstöre Umspannstation. Natürlich. Mein Job. Wie ist denn die Dinger? Wo sind sie? Huuu. Es hat einen kleinen Pferd. Ich weiß noch nicht, woher zu sein. Ach klar. Der versteht bei der gar nicht. Nicht zerstört mir die da hinten. Was soll das? Wie zerstehst du sie denn? Darf ich auch sie schießen oder so? Oh ja, ich werde jetzt einfach versuchen. Drei Hast du das gebraucht? Oh nein, ich sollte sie nur sabotieren. Oh nein. Ich glaube, sie schießen nur ein bisschen erst da unten. Ja, da unten. Was? Was? Oh ja, ich habe einen Punkt. Oh nein, das war sie. Oh Gott, was? Was willst du denn da nur? Was losiert da noch? Z ist Bauchlage. Okay, nice. Wieso ist denn... So zur Hölle ist Z Bauchlage, ey? Z. Z. Geht nicht. Verlös, Bauchlage ist defekt. O.k. sabotieren. Trifft euch in der Brücke, welche Brücke? Wo ist er? Da ist die Brücke, los geht's. Ab zur Brücke. Ich sehe die Brücke. Verarschen oder was? Oh mein Gott. 400 Meter laufen. Wow, voll ist. So, dann hoffe ich mal, dass ich in die richtige Richtung laufe. Ernsthaft, man muss ganz zurücklaufen? Oh ja. Auf geht's. Oh Gott, nein, schäler, schäler! Oh, ich... Erledig sie, erledig sie! Das wäre ja nice. Hey, was soll das? Hallo! Ich hab nur 2 Sekunden auf mein Handy geguckt, was ist denn los mit dir? Alter, hallo! Ich bin mitfahren oder so? Doch. So, immer wieder. Auf geht's. Okay. Los! Juhu! Ab zur Brücke! Oh mein Gott! Nein! Ich war noch vorbei! Haha! Oh nein! Ja, Baby! Ich bin mit dabei! Wir sind hier richtig! Wir sind da richtig! Wir sind hier richtig! Wir sind hier richtig! Wir sind hier richtig! Lass die Biele! Nur mich angst! Wohnt! Ich höre die ganze Gewehrblühe! Wir füllen Ektri! Sieht ein Vorweg gut! Der Feind ist hier! Kalle! Verdammt! Nein! Sie haben uns selbst nicht! Wir sind hier! Wir sind hier! Genug! Es reicht! Es reicht! Noch Töd! Noch Töd! Noch Töd! Noch Töd! Stopp! Wer so schnell! Senkwopnen! Ja, dann ergeben wir uns halt! Ja, dann ergeben wir uns halt! Dafür habe ich mich so angestrengt! Der Doktor me! Meine Töne!